Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo von dem Start. Heute mit dem neuen 19-Woo-Content ist es doch das Tag, heute schon das zweite Video hier auf dem Channel. Heute früh ist schon die neue Season losgedankt, Season Nummer 5, schon thematisch in Bezug auf die Food Birthday-Probe. Was uns heute hier zum 19-Woo-Content erwarten, das springt wirklich alles. Denn wir haben neuen Loading Street, Freunde, wir haben Leaks in Bezug auf Food Birthday. Wir haben Kulumuani jetzt endlich in den Zielen, die Food Birthday-Version. Falls ihr euch noch nicht gesehen habt, dazu gleich mehr. Wir gehen rein, wieder in die Showdown-Challenge, wir gehen rein in die Tagesanweld-Upgrade der SPC. Wir haben zwei Showdowns mit Bastoni und Lobotka. Und natürlich haben wir am Start die Top-Party der SPC wieder auf Donnerstag. Und Flo Wirtz ist auch schon als PO-Termin gekommen. Alles gemeinsam, schauen wir uns jetzt explizit hier in dem Video an. Bleibt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen, Freunde. Und ich kann euch eins sagen, jetzt schon mal, es wird sich lohnen. Also, let's go und rein ins Video. Und wenn ihr das Ganze feiert, dass ich täglich für euch am Start bin, nehmt euch noch kurz die eine Sekunde Zeit. Daumen nach oben da lassen, kostet euch eine Sekunde, Freunde, würde mich hier so unterstützen. Dankeschön da für eure Liebe, für eure Support, gerne für die eigenen Kommentare hinterlassen. Und wenn ihr neu sein solltet, überlegt gerne die Glocke zu aktivieren auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Damit starten wir rein, Freunde, und auf erstmal ganz entspannte Weise mit natürlich der ultimativen Geburtstag-Tagesanwälter-Abgeld-SPC. Und von meiner Seite aus direkt schon mal die Erinnerung, bitte den Bronze-Spiel abgeben. Denkt bitte dran, ja, man vergisst es relativ schnell. Also insofern einfach hier, zack, einmal abgeben das ganze Ding und dann eben abhaken. Wichtig, 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 falls ihr Daily nicht verpassen wollt, diesbezüglich in Bezug auf diese Daily-SPCs, einfach jeden Abend hier einschalten und dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Genauso in die Tagesshowdown-Challenge, die allerletzte sozusagen. Um da natürlich dann auch wieder in den Zielen was mitzunehmen. 75er Grand Squad Ministers, die wir wieder abgeben. Heute sind wir in die League-Orge gegangen, holen uns zum einen das Trailer-Pack und eben auf der anderen Seite natürlich das in den Zielen einmal zum, ja, Freischalten, ja. Und dann kommen wir zu den neuen SPCs. Das sind die beiden Lobotka und Bastoni als neue Showdowns. Gestern hatten wir den Bundesliga-Showdown am Start, dazu gleich mehr. Und witzigerweise ist der Showdown heute eigentlich wirklich eigentlich ein kleines Thema. Werden wir gleich trotzdem thematisieren. Nicht irritieren von den 80-Plus-Player-Picks, da habe ich einfach mal 10 heute ready gemacht. Gehen wir nachher rein. Und dann haben wir eben Top-Partien, natürlich jeden Abend am Sonntag, neu am Start und Flo Wirtz. Flo Wirtz ist schon etwas früher gekommen. Gehen wir da kurz drauf ein. Er ist zwei Segmente teuer. Das sind 84er mit Team of the Week und ein 87er-Gerated-Squad. Der eine oder andere wird jetzt sagen, okay, teuer oder nicht. Je nachdem, lasst mich im Augenblick wissen. Natürlich zu Flo Wirtz, zu der SPC, zum generellen SPC-Content von heute. Und ja, den haben wir natürlich jetzt schon häufiger als POTM am Start gehabt. Und deshalb wird natürlich interessant, wie sieht der absolut das Upgrade aus in Bezug zu den anderen Spielerkarten von ihm. Das gehen wir gleich bei Footbill on Detail durch. Was wir hier natürlich schon mal wichtig sehen, sind die zwei Playstyles Plus. Ja, ganz elementar. Wir haben 5 Sterne, 4 Sterne. Auch das ist Keystat, ja, eben das Upgrade in Bezug auf die anderen. Wir haben ZOM, ZM, Leverkusen ist klar. Und dann natürlich eine an sich richtig, richtig nice Karte. Und wichtig eben jetzt zwei Playstyles Plus. Und das ist halt Tiki-Tak als Playstyles Plus und Technik. Und dementsprechend aufgrund der Tatsachen mit den 5 Sterne, 4 Sterne, mit den 2 Playstyles Plus, dementsprechend, in Anführungsstrichen, so eine teure POTM-SPC. Gucken wir uns aber natürlich gleich nochmal on Detail bei Footbill an. Und dann haben wir natürlich wie der Woche Donnerstag, wie gesagt, die Top-Party in der SPC draußen. Und da sage ich euch jede Woche Donnerstag, auf jeden Fall reingehen. Das ist eine SPC, die ist eine Woche da. Ihr könnt ganz entspannt, ganz einfach 5 Sterne Packs mitnehmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die mir am Donnerstag im Raum steht, jetzt eben noch öffnen zum Best-Off, zum Showdown-Series-Event, wo das Best-Off draußen ist. Oder eben warten zu Footbill. Und da kann ich euch heute eine ganz klare Tendenz geben. Und zwar bitte öffnet erst eben zum Freitag hin. Ja, die Packs, wieso, weshalb, warum, vielleicht nehme ich euch da schon mal direkt mit. Und zwar ein neuer Loading Screen ist da, Freunde, und ich kann es nicht zurückhalten. Ja, wir müssen es jetzt direkt relativ am Anfang des Videos sagen. Es ist einfach so, wir haben einen neuen Loading Screen. Und da ist jetzt confirmed, ein Argentinier wird kommen. Eines Mittelstürmer mit 5-Star, 5-Star, 5-Star-Week-Foot, 5-Star-Skill-Moves. Und auf der anderen Seite ein Holländer. Mittelstürmer ebenfalls 5-Star, 5-Star. Ja, Footbill Day kommt. Ja, und es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Das hätte ich nie im Leben erwartet, dass es heute schon geleakt wird. Mehr oder weniger. Nicht nur geleakt, sondern eben durch den, ja, ähm, Loading Screen auch schon bestätigt. Und zwar vor Cherry Puffs direkt quasi zeitgleich dann auch bestätigt. Ja, es kommt Lionel Messi. Als 5-Star, 5-Star-Spieler, 94er-Greater-Foot-Berast-Day-Karte. Er wird kommen. Passt natürlich auch zum Kartendesign das Trikot. Das ist natürlich dann, ja, einfach eine traumhaft schöne Karte wahrscheinlich. Nicht nur auf gutes Kartendesign, sondern einfach auf gute Tatsachen mit dem 5-Star, 5-Star-Upgrade. Und ja, ich habe es jetzt gerade schon im Twitch-Live-Spiel natürlich schon x-mal gelesen. Ja, ich habe aber doch Totti Messi am Start. Warum will ich denn den haben? Brauche ich doch gar nicht. Und dies und jenes. Ich persönlich habe ihn auf dem Account nicht beispielsweise durch den Fail damals von EA mit dem Player Pick nicht bekommen. Ich glaube, der eine oder andere wird da mit mir auf jeden Fall fühlen. Die eine oder andere kann ich natürlich auch verstehen. Ja, ihr habt den Team auch hier. Und ja, der ist natürlich auch nice. Aber trotzdem, Messi, Freunde, sehr, sehr big, kommt zum Food Birthday, kommt als 5-Star-5-Star-Karte raus. Und er kommt eben nicht alleine eben raus. Leo Messi kommt, von Food Sheriff bestätigt, aber eben auch vom Designer jetzt bestätigt, nicht nur ein Leo Messi, sondern eben auch ein Hüllet, der kommen wird. Also hier, Cy Criminal X, der das ja mit Food Sheriff da macht, die werden kommen. Und das ist eben der zweite Blöding-Screen. Einfach noch Hüllet, Freunde. Wenn der Mittelschirm achüllet, was ist da los? Und das ist so ein Zeichen schon, was uns da eben morgen erwartet. Und da ist ganz ehrlich, Freunde, die Packs einfach aufbewahren. Bis morgen. Es kann nur geisteskrank werden, wenn die zwei Spieler jetzt schon am Start sind. Wie sieht das Pull-Team aus? Und vor allen Dingen, wie sieht da Team 2 aus? Team 1 generell, das ganze Team, es ist geisteskrank. Und ich kann euch eins sagen, Freunde, der Loading-Screen, der ist nur ein Part des heutigen Videos. Es wird mich noch mehr knallen. Also bleibt auf jeden Fall angeschnallt und fall nicht vom Stuhl. Wir machen den jetzt mal weiter und zwar mit den Top-Partien. Kurz mal durchführen. Also Jumbo-Primo-Gold-Profi-Pack gibt es da einmal zurück. Dann haben wir Brest gegen Lille. Da haben wir eine Jumbo-Primo-Gold-Pack. Dann haben wir hier ein Trikot-Plus-Pack. Prime-Groish-Profi-Pack. Dann Atletico Madrid gegen Barcelona mit einem Prime-Elektro-Profi-Pack. Seltenes Gold-Profi-Pack in klein. Manchester United gegen Liverpool. Und wie wir es kennen, 78er, 77er-Grader-Squad, 75er hier und mindestens selber. Also Low-Rated-Squads für 5 Trikot-Packs. Da kann man 0, einfach 0,0 meckern. Und die Packs, ganz ehrlich, sind sogar tatsächlich relativ gut, wenn man das mal in Vorhältnismäßigkeit setzt. Ja, und dann aber, wie gesagt, die letzten Showdowns mit Bastoni und Lobotka. Ich kann es auch wirklich nicht mehr sehen, die Showdowns, muss ich euch ehrlich sagen. Und natürlich sind sie im Verhältnis zu den Bundesliga-Karten nicht 87er-Grader-Squad, sondern natürlich 89er-Grader-Squad. Also die Bundesliga wird da definitiv benachteiligt. Muss man an der Stelle sagen, ich habe mich gestern darüber aufgeregt. Nicht über die Tatsache, das haben viele falsch verstanden. Nicht über die Tatsache, dass es Wolf ist und Knauf. Das ist völlig okay. Aber dass die Bundesliga-Karten eben in Bezug auf die Power-Curve so Low-Rated sind und von den Stats einfach bodenlos auszuladen. Ja, und deshalb hätte ich gerne da schon 89er-Rating. Wie jetzt im Endeffekt bei allen anderen Ligen gesehen. Da muss man wirklich sagen, die Bundesliga wird da ein bisschen vernachlässigt. Was ich jetzt hier schon recht komisch finde, drei Segmente bei Bastoni, ein Segment bei Lobotka. Sehr, sehr strange. Also lasst uns mal reingucken. Lobotka, 86er mit Team of the Week und Bastoni, 85er mit Team of the Week, 86er und 7er. Bitte was? Bitte was? Moment, warte mal, warte mal, warte mal. Drei Sterne, vier Sterne, mittelhoher Arbeitsrat, ZDM, ZM. Äh, okay, äh, hm, also, äh, nee. Also irgendwie hätte ich mir jetzt ausgeglichener vorgestellt. Neun Spielziele ist nice. So geil, Defensive auch was mit drin, sehr nice. Und dann auf der anderen Seite, wo haben wir ihn am Start? Bastoni. Guck, wo uns die Karte machen. 1,20 Meter hoch, alles nice, okay. 94er, oh, sehr big. Oh, das ist, ey, hey, wow. Oh, und beide Places als Klasse in der Defensive, okay, das ist heftig. Ja, okay. Jetzt verstehe ich, warum diese Karte definitiv mit drei, äh, Segmenten drin ist. Weil wenn die sich upgradet, auf ne 91 und dann potenziell, wenn ihr die Ebo noch frei habt, mit auf ne 92. Ich sag mal so, mit dem Tempo-Split, der wirklich passt, ja, mit der Def und 88er Physis als Base, wohlgemerkt, ihr seht das, auch wunderbar ausgeglichen. Das ist ein top, top, top Innenverteidiger, wow. Und Lobotka, muss ich ehrlich sagen, also, den hätte ich mir jetzt ausgeglichener vorgestellt als ZM, ZDM. Da bin ich fast schon ein bisschen enttäuscht, wie die Karte im Verhältnis für 89er Rating aussieht. Ja, weil ja, wir haben 89er Defensive am Start, aber der Rest 82, 75, 83, 84 und 82 Physis, das passt alles irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Also, da bin ich ein bisschen irritiert von der Karte. Bastoni sieht auf jeden Fall sehr, sehr sexy aus. Gucken wir uns gleich nochmal auf den Detail bei Footbin natürlich an. Ja, und dann kommen wir zu den Zielen schon als nächstes Step. Ja, was soll man da sagen? Da gibt es natürlich was Neues. In Bezug auf die Season 5, ich habe heute das zweite Video schon hier am Start. Das erste Video ist heute Mittag natürlich online gegangen, passend zu Season No. 5. Und da hat man einen kleinen feinen Fail, im Entführungsstrichen, von EA am Start. Es war ein Dreamscot, ein Kolo Morani. Und ich kann euch eins sagen, verlesen Sie doch schon im Thumbnet oder whatever, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, Kolo Morani ist jetzt da. Und zwar in den Zielen, in Kombination mit Season 5. Dazu gleich mehr. Erstmal kurz, was ist neu? Falls ihr Informationen zu Season 5 sehen wollt und meine Meinung, wen ich wann, wo, wie, was wähle, dann könnt ihr gerne das separate Video einmal hier auf dem i nachher abchecken. Oder ich packe es nachher in die Endcard, könnt ihr das auch nach dem Video direkt entspannt nachschauen. Also FC Pro, da haben wir nämlich was Neues am Start. Und zwar hier diese Comic-Ball-Geschichte. Da haben wir jetzt, wenn ich passend, wenn das dann losgeht, da nochmal ganz zur Erinnerung. Und zwar ist das der 16. März. Da ist jetzt eben auch eine Aufgabe, wie wir es mit der Major League Soccer sozusagen hatten, mit Wappen, mit Zehmer und dann eben als Primo Gold Pack untravel dazu. Ist was Kleines, Feines, muss man nicht machen, kann man machen, aber kein Muss, Muss. Im Live-Segment nehmen wir natürlich dann zum einen jetzt hier mit zum zweiten Mal Bronze-Spieler abgeben. Das nächste Pack, das ist ein 81x2er-Pack. Und dann haben wir natürlich, ich habe es eben erwähnt, zum siebten Mal abschließend ein 83x2er-Pack und das Prime Gold Profi-Pack für das letzte Mal diese Challenge zum Abschließen. Und dann haben wir La Liga vs. Racism als neues Segment. Drei Tore, La Liga, da ist ein Heimtrikot, da ist ein Wappen, Choreo, Stadion-Thema. Und das kann man dann eben machen, 28 Tage Zeit. So, dann haben wir hier das alles, was wir eigentlich so kennen. Ja, Chems und so weiter und so fort. Und jetzt wird es aber interessant, und zwar im Seasonal-Tab. Da haben wir jetzt eben schon XP-Aufgaben in Bezug auf Season No. 5. Und das ist zum einen dieses Auswärts-Heim-Ding, also mit den jeweiligen Trikots. Das kennen wir schon, ja. In dem Fall ist es kein Trikot-Ding, sondern hier steht es, Ultima Team Geburtstag, setzt eben hier, doch das Auswärts-Trikot ist es, genau, das Auswärts-Trikot ein. Und eben das Heim-Trikot. Falls ihr da wieder fragen, wo ist das? Das findet ihr natürlich im Shop, kann ich euch vielleicht auch nachher nochmal zeigen. Aber das Wichtige ist eben hier im Seasonal-Tab heute neu, und zwar Ultimate Birthday Kolomuani. Den haben wir uns heute schon angeschaut bei Footbin, im Mittag-Video. Wir gucken ja gleich nochmal gemeinsam rein. Der sieht geisteskrank krass heftig aus. Und den können wir eben durch die Ziele er-craften und er-griten. Ich sage bewusst, griten, craften. Denn ihr habt ihn nicht morgen oder übermorgen, sondern, ihr seht, 41 Tage, 12 Stunden ist das ganze Ding da. Wir lesen mal gerade durch. Steige in der Season-Fortschrittsländer eben auf, um alle Ultimate Team Geburtstag-Items auf Level 10, 20 und 30 zu erhalten. Setze diese Profis in diese Aufgabe ein, um Zusatz-Boni und EP zu erhalten. Alle Boni sind untradeable. Also, was hat es damit auf sich? Wir gehen nochmal kurz zurück in Bezug auf die Season. Folgendes Ding. Also, bei Level 10 gibt es hier Hector Ballerine. Bei Level 20 gibt es McKennie. Und auf der anderen Seite haben wir bei Level 30 Insignia am Start. So, diese müssen wir uns freischalten. Und mit diesen dreien müssen wir eben dann jeweilige Aufgaben machen. Als Beispiel hier diese eine Aufgabe. Spanische Mauer heißt es da. Lasst in vier separate Partien Escort-Bedded-Valve-Champs. Halb-Profi über die Mindestschwierigkeit. Höchstens zwei gegen Tore pro Spiel zu. Und stell dabei eben Ultimate Geburtstag Hector Ballerine in deine Startelf. Da bekommen wir zum einen dann wunderbare Packs. Das ist jetzt die Futter-Packs. Sehr, sehr nice Geschichte. Aber eben auch weitere XP. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Und dann insgesamt 1, sind es jeweils 8, genau. Oder? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind 7. Okay. Und dann haben wir insgesamt also... Ja, 500. Ebenfalls habe ich 8,000 gelesen. Äh, 4,000 gelesen. Das ist dann doch nicht, ne? Okay. Also, 2. Ja, okay. Okay. Also, quasi 3,500 XP, die wir bonusmäßig freischalten können. Plus die ganzen XP. Und dann eben der Gruppen-Reward logischerweise. Kolo Moani. 90er-Gerated-Karte. Und jetzt festhalten, Freunde. Jetzt festhalten. Es ist, wenn ich ne Kolo Moani-Karte mit natürlich 4-5-5-5-5. Hochmittelarbeitsraten. Stürmer. RM. Mittelstürmer. Und dann haben wir Tempo. 94 Antritt. 95 Sprinttempo. 89 Erschießen. 83 Passspiel. 91 Dribbling. Sieht die richtig geil aus. Kopfballpräzision. Und dann Physis. Am Start. 99 Sprungkraft. 85 Ausdauer. 85 Stärke. Und jetzt, Achtung. Ihr seht, 2 Playstars Plus. 10 Spielziele insgesamt. Und guckt euch das bitte mal an. Playstars Plus ist Powerschuss. Okay. Und Arial Plaster Plus. Warum hat er in der Defensive Antizipation? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber er hat einfach den Spielziel Antizipation. Ja. Unfassbar. Größere Wahrscheinlichkeit. Erfolgreiche, faire Zweikämpfe auszuführen. Und die Fähigkeit, den Ball bei einem fairen Zweikampf direkt am Fuß zu schauen. Als Stürmer. Als Stürmer. Guckt euch diese Karte an, Freunde. Die ist definitiv geisteskrank. Und wenn wir dann eben überlegen. Okay. Wir holen uns diese Spieler bei Level 10, bei Level 20, bei Level 30. Und wir können alle, alle, Freunde, können diese Aufgaben machen. Denn das Schöne ist, ja, so nach dem Motto, egal wie schlecht ihr seid in diesem Game, ihr könnt ganz entspannt das bei Squad Battles machen. Und jeder hat am Ende des Tages nicht nur das ganze SPC-Futter hier, sondern hat eben dann eine 90er-Graded-Columni-Karte. Ja, das dauert natürlich. Man muss erstmal zu Level 30 kommen. Dann die ganzen Spiele haben. Und dann eben Step-for-Step sozusagen diese Aufgaben auch fertig machen. Nichtsdestotrotz ein maximaler Win meiner Meinung nach von EA, was sie da heute gemacht haben. Da geht meine Aufgaben auf jeden Fall richtig, richtig raus. Und dann haben wir natürlich die Wochenziele, wo wir XP natürlich uns auch freischalten können. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aufgaben, die hier am Start sind. Und, ja, und ich sag mal so, gibt Schlimmeres. Ja, richtig geile Geschichte. Und das für einen Donnerstag habe ich null erwartet. Hier nochmal einen Überblick darüber. Also wirklich richtig, 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 richtig nice. Kommen wir zum Shop. Da haben wir jetzt schon mal 69 Packs angesammelt. Es ist Wahnsinn. Es ist crazy. Es ist unfassbar crazy. Und, ja, hier ist die Frage, haben wir jetzt natürlich hier irgendwas in Bezug auf die Trikots? Ah ja, da haben wir die zwei. Ich wollte gerade sagen, das sieht schon fast aus wie die beiden Heim- und Auswärtstrikots von der deutschen Nationalmannschaft, die heute released worden sind. Die von Burstet. So, wisst ihr, von der Art her? Sieht fast schon so aus, ne? Sieht fast schon so aus. Müsst man jetzt fast, ja. Okay, ist ein bisschen, ist jetzt tatsächlich Zufall. Aber wir fangen mal an mit dem Preview-Pack. Und wie gesagt, heute will ich gar nicht so viele Packs öffnen. Denn die Tatsache, dass allein jetzt schon Messi und Hullet geleakt sind, in dem Sinne. Ähm, ja Freunde, Wahnsinn. Ja, und ich hoffe, deshalb habe ich hier ein paar Silber-Packs auch drinne. Werden auch bis morgen ein paar weitere Ready machen. Dass vielleicht auch der eine oder andere Silber-Spieler mit dann dabei ist als Full-Bow-Stick-Karte. Mit einem Big Boost. Aber, man weiß es nicht. Auch hier häufige Gold-Projekt-Packs mache ich Ready. Also, wir erwarten einiges morgen. Morgen natürlich wieder das XSL-Video für jede Woche Freitag. Und, äh, das wird auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Um das mal so zu sagen. Ja, Freunde, morgen kommt, äh, Foot Birthday raus. Aber ich habe jetzt einfach mal, just for fun, 10 Player Picks für heute das Video Ready gemacht. Und ich werde natürlich auch für morgen dann zum Foot Birthday Start weitere Player Picks Ready machen. Und jetzt stellt uns die Frage, was bekommen wir aus 1080 Plus Player Picks? Und mal gucken, was die Antwort auf diese Frage, oho, uns schon mal gibt. Wir starten mit 85er-Rating mit Deli. Next one. Kriegen wir eine Special-Karte? Kriegen wir ein gutes Rating? In erster Linie wollen wir natürlich gutes Rating haben. Ne, da wisst ihr Bescheid. Also, mal gucken, was bei Rumkorn. Dann machen wir mal einen Skip. Machen wir Ottavio 82er mit. Neben Ottavio, wieder ein nächster Skip, ist ein Tiago, der sich versteckt. Next one. Zack. 83er-Rating. Wir gehen einfach all time auf Rating. Wir gehen einfach voll auf Rating. Next one. 83er-Freigang. So sieht es nämlich aus. Zack. Wieder 83er. Okay, es wird eine 83er-Party. Zumindest sieht es gerade danach aus. 85er-Apport. Come on. Es geht langsam Richtung Walkout. Oh ja. Na was? Nächste 85er-Grade-Karte. Und number 10. Schmidt. Hä. Gut. Also, wir erfassen uns zusammen, Freunde. 83er, 83er. Wir haben zwei, drei, 85er. 84er-Tiago. Viele 83er. Okay. Aber nicht perfekt. Aber gut. Wir können damit arbeiten. Und das also zu den Player-Picks. Hoffentlich sehen sie dann morgen besser aus. Hoffentlich sehen die Plicks dann morgen besser aus. Der Rest ist tradable. Kann alles schon mal auf die Transferliste. Ja. Und damit weiter im Video. Also, ich glaube, ihr könnt mal erst nachsehen, warum wir heute nicht mehr wirklich in viele Packs gehen. Heute hier in dem Abendvideo. Und lasst mich hier mal auch immer dazu wissen, wie ihr jetzt mit euren Packs natürlich umgeht. Als nächstes, Freunde, will ich euch mitnehmen und zwar auf die Footbin-Szene. Und da wollen wir uns jetzt genau nochmal anschauen, wie das ganze Ding eigentlich aussieht. Also, Kulomuani zum einen, das Upgrade. Ich habe es heute Mittag, wie du schon gesagt. Viele haben die 88er-Grade-Karte. Und da haben wir natürlich das in Anführungsstrichen Problem. Er hat auch kein Playstyle-Plus. Das ist natürlich ein Big Boost. Ein Riesenunterschied. Und dann die Fünf-Schießen hier beispielsweise. Drei passen. Wir haben drei Dev- und drei Physis-Boost. Sieben Heading-Ecclusive, was mir auffällt. Und vor allem dieser Schuss-Boost. Die zwei Placer-Plastik dazukommen. Und dann natürlich auch die Tatsache, vier Sterne, vier Sterne hat er hier. Dann insgesamt neun Sterne zu haben, ist natürlich richtig geil. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, Kulomuani, habt ihr vielleicht schon als 88er-Founders-Upgrade drin. Da haben wir schon, ja, je nachdem, ein Fünf-Stelle, Vier-Stelle-Upgrade natürlich am Start. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier, trotz allem natürlich, ein Big Boost. Auf die 90er-Gerate-Karte. Also egal, wie es aussieht, Kulomuani auf jeden Fall ein Big Upgrade für jede Road to Glory. Und ich finde es einfach cool. Ich finde es einfach cool. Zum einen bekommen wir ein XP, eben extra. Wir bekommen nicht irgendwie einfach ein Pack-Reward als Belohnung, wenn wir die gesamten Aufgaben machen, sondern wirklich einen Spieler, einen effektiven Spieler, ein Foot Birthday. Ja, und das ist ja das, was wir bekommen wollen. Wir wollen Geschenke kriegen zu Foot Birthday. Insofern eins zu eins einfach passend. Und wenn die Foot Birthday-Promo Woche 1 und Woche 2 so ähnlich läuft, wie jetzt quasi schon der Tag vor dem Foot Birthday-Start, meine Freunde, da will ich gar nicht wissen, wie die nächsten zwei Wochen aussehen. Das ist ja einfach geisteskrank. Das ist ja dann einfach geisteskrank. Und das finde ich einfach extrem nice. Muss ich an der Stelle einfach wirklich sagen. Das finde ich einfach richtig, richtig, richtig geil. Ja. So, gucken wir uns kurz Würz an. Da sieht es, wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt aus in Bezug auf die anderen, vergleichsweise ein bisschen weird aus, denn jetzt müssen wir mal durchgehen das Ganze. Also wir haben hier die 88er, nee, nicht die 88er, die 87er. Die 87er konnte man evomäßig auf die 91 ziehen. Da zum Beispiel der Vergleich jetzt zu der neuen 89er-Graden ist vor allen Dingen, ihr seht es hier, der Pace-Unterschied, der jetzt eben auf der 91er ist. Aber ihr seht dann plus 2 und 1, die Unterschiede. Stamina vor allen Dingen plus 5, ein Unterschied bei der neuen Karte logischerweise besser. Und die, schon erwähnt, dann eben 4-Stelle, 5-Stelle, beziehungsweise 5-Stelle, 4-Stelle, je nachdem, wie man das drehen will. Natürlich bei der neuen POTM-Geschichte jetzt sind es sehr besser. Insofern die Evo im Endeffekt schon, ich sage mal, nicht unnötig, aber im Endeffekt jetzt schon quasi gefixt durch die 89er-Graden-Graden-Karte. Ähnlich sieht das zu den anderen POTMs aus. Ein ganz normales natürlich Upgrade. Und wie gesagt, hier bei dieser neuen POTM-Würz-Karte sind zum einen natürlich Keystats, die 2, Playstars, Plus. Und wie gesagt, die insgesamt jetzt 5-Stelle, 4-Stelle. Was natürlich auch einfach passend ist in Bezug auf die Powercurve, weil wir halt jetzt einfach durch die nächste Promo-Flood-Birthday eben viele 5-Star-5-Star, 5-Star-4-Star oder 4-Star-5-Star-Spieler kriegen. Und deshalb ist das natürlich maximal passend eben zu dem, was uns jetzt in nächster Zeit erwartet. Geht ihr rein, geht ihr nicht rein zu der POTM-ASPC? Würde mich mal interessieren. Ich persönlich auf der Road to Glory stand jetzt erstmal nicht. Jetzt sage ich euch ehrlich, ich warte jetzt mal auf die Food-Birthday-ASPCs, die so kommen, weil da könnt ihr mir vorstellen, dass ich dann das eine oder andere Futter definitiv reinstecke. Und dann eine komische Showdown-Geschichte zwischen Lobotka und Bastoni, um ehrlich zu sein. 260k auf der einen Seite der Bastoni, aber richtig gut bewertet. Und auf der anderen Seite nur 90k, eine Lobotka-Karte. Aber da ist ganz ehrlich auch meine Meinung, wie gesagt, ein bisschen underrated, also wie die Karte halt aussieht. Wir gucken uns das Upgrade an, ist ein Plus-5-Overall. Pace-Upgrade, okay. Dev-Plus-12-Überhin trotzdem. Aber hier, guck mal, guck mal, warum kriegt der Plus-1 auf Dribbling? Und Plus-2 nur auf Passen? Was ist das? Also, hä? Also, nee. Da komme ich nicht drüber, da komme ich nicht drüber. Hä? Also manchein ist diese Sinnhaftigkeit, die fehlt mir komplett. Drei Sterne, vier Sterne ist auch geblieben. Gut, PlayStyles ist das eine, sagen wir mal geschenkt. Aber ich nenne mir einen Grund, warum ich da jetzt reingehen soll. Composure bei 78, Agility bei nur 78, drei Sterne, vier Sterne. Da wird morgen in den Dropjectives zum Full Birthday Start wahrscheinlich genau ein ZM, ZDM sein aus der Serie A, der einfach eine 10 vor 10 ist. Und einfach dann, ja, wahrscheinlich zu 100% besser ist als diese Lovodka-SPC, die fast 100k kostet. Kann ich Ihnen nachvollziehen. Und dann haben wir hier Bastoni. Also, wenn wir uns das Upgrade draufdenken, allein jetzt schon, sieht sie richtig gut aus. Wow. Ja, also wir haben hier die Info-Karte, die 88er-Grate. Und das ist auch dann ein Nuancen-Upgrade. Aber was hier wichtig ist, was ich eben erwähnt habe, sechs Antritt. Ja? Diese Angleichung in Bezug auf den Split. So wichtig bei Innenverteidigern. Richtig, richtig nice. Und der mit dem Upgrade. Puh. Attraktive Karte. Richtig gute Karte. Und das wirklich dann, vor allen Dingen mit der 2-Placer-Plus-Karte, der Defensive, der Top-Innenverteidiger-Karte. Da können wir echt überlegen. Jedoch, wenn man Serie A-Squad hat. Natürlich, wenn man Fan ist von X oder Y, gern auch reingehen. Aber wenn man dann Fan, äh, wenn man Serie A-Squad hat, dann ist das auf jeden Fall Top-Innenverteidiger. Ja, gut. Und, äh, Marki-Match-Up sind natürlich auf jeden Fall ein dickes, dickes Muss. Da brauchen wir gar nicht drüber, äh, zu quatschen. Das ist richtig, richtig nice, die Geschichte. Ja, man bergt Messi mit am Start vorne. Also, ihr habt vielleicht hier diese Messi-Karte. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Der hat halt in Anführungsstrichen nur 5-Star, 4-Star. Aber ist natürlich eine wahnsinnsgute Karte. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, warum soll ich mich dann hier auf die Karte freuen, wenn ich schon den Messi-Team of the Year habe. Da hat EA halt einfach richtig reingefehlt. Das muss man an der Stelle auch einfach mal so ganz klar und deutlich sagen. Ähm, und da könnt ihr ja auch nichts für. Da könnt ihr ja auch gar nichts für. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Ich habe mal Rület nochmal bestätigt. Ja, The Beast. Also, Rület ist am Start. Oh, Wahnsinn, ey, Freunde. Wirklich unfassbar crazy. Crazy. Unfassbar crazy. We wait for Food Birthday. Ja, so sieht es aus. Wir warten auf Food Birthday, Freunde. Mit Messi, mit Rület und jetzt heute mit dem Season-Start. Ey, Freunde, einfach geisteskrank. Was heute am Donnerstag alles gekommen ist und was uns jetzt erwartet ab morgen. Ich bin richtig halt auf morgen. Ich bin richtig happy. Und ich freue mich jetzt schon, mit euch da morgen auf jeden Fall reinzugehen. Das wird geisteskrank. Ich bin auf jeden Fall extrem gehypt. Ich hoffe ihr auch. Und falls ihr jetzt in Bezug auf die Season nochmal generell einen Überblick haben wollt, dann checkt gerne das Video hier ab von heute Mittag. Lasst auch da sehr, sehr gerne Liebe da. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst auch ordentlich Liebe da, zerstört es ordentlich. Ich weiß, dass ihr es hinkriegt. Und ja, sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Morgen bin ich wieder froh, ich habe Start. Schaltet gerne ein und euch haben einen spannenden Abend. Also, euer Flo von Archie Gaming und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.